Der Mensch geht davon aus, dass er über einen freien Willen verfügt. Zugegeben, dieses Gefühl ist sehr stark. Untersucht man es jedoch genau, wird man feststellen, dass der Freie Wille nur ein illusorischer Faktor im Leben ist, kein tatsächlicher. Hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, frei entscheiden zu können, ich bin mir sehr sicher, wir wären alle reich und schön. Es gäbe weder Spitäler noch Friedhöfe. Der Mensch verfügt über keine eigene Existenz. Sein Leben hängt ausschließlich vom Bewusstsein ab, welches durch ihn funktioniert. Ohne Bewusstsein ist er wie ein Kasperle ohne Puppenspieler. Enjoy the Lila!